In der vorletzten Folge habe ich euch die neue Taktik vorgestellt, ja den Baum der Hoffnung, den FCN-Baum der Hoffnung, so haben wir das Ganze genannt, da lief das Ganze auch sehr gut, ja ergebnistechnisch wunderbar gespielt, sehr sehr gute Ansätze gehabt und dann gab es im letzten Part eine relativ bittere Niederlage und die Kommentare waren voll mit, der Baum brennt Freunde. Und damit herzlich willkommen, neue Folge, neues Glück, wir gehen rein mit dem ersten FC Nürnberg, der angesprochene, angebrannte, angekokelte Taktikbaum, der resultiert daraus, ein 1 zu 4 im letzten Part gegen den FC St. Pauli, auswärts beim Tabellenführer, der dreifache Simon Zoller plus Jannis Horn, was ein Eigentor angeht, Kanji Okonuki in Minute 90 plus 1. Mit dem Ehrentreffer, 1034 mitgereiste Klubfans waren stocksauer, waren absolut stocksauer, wir wurden Gott sei Dank im Teambus nicht auf der Heimreise irgendwo an der Raststätte abgefangen und mussten unsere Trikots abgeben. So weit ist es noch nicht, aber ihr habt es gesehen, nachdem es so ein bisschen erfolgreicher durchaus war, ist das natürlich eher etwas, was wir nicht so gebrauchen können. Allen voran, Vorspielen gegen die Hertha, aktuell auf Platz 6, Holstein, Kiel, auswärts auch nicht immer allzu leicht, auf Platz 9, der FC Schalke 04, die stehen zwar auf 16, aber ja, Schalke natürlich trotzdem auch, so ein bisschen auch, kann man mal reinschauen, ich glaube, das sieht man leider nicht, das sieht man hier leider nicht, aber auch so ein bisschen aus Klubsicht, die Klubfans wissen Bescheid, ein komischer Gegner, Fanfreundschaft, ja, aber auch trotzdem komisch, immer komische Spiele. Ähm, heißt, wir gehen heute rein, ihr seht es hier oben ganz klein geschrieben, 14 Tage bis zum nächsten Spiel, ähm, Samstag, 7.10. Pauli, 22.10. zu Hause gegen die Hertha, die dann singen nur auswärts statt nur nach Hause, ähm, heißt, wir werden dazwischen ein Testspiel machen, werden so ein bisschen unsere Taktik einstudieren und, äh, haben einfach Spaß, ja, allzu viel steht noch nicht an, klar, wir müssen uns dann so langsam, aber sicher mal Gedanken machen in Richtung Scouting-Aufträge und so ein Zeug, aber ich würde sagen, den Oktober, den kriegen wir erstmal rum, in diesem Sinne, wenn es euch heute wieder gefällt, ihr wisst Bescheid, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, ich freue mich sehr über euren Support, wenn ihr mehr sehen wollt, Abo dalassen, gar nichts mehr verpassen, wir nähern uns den, den 3000 Abonnenten, Wahnsinn, und wenn ihr noch mehr sehen wollt, wie immer gerne auf twitch.tv slash Badeschlappen-IPI, vorbeischauen, Freunde der Sonne. So, ähm, ich will auch vor allem einen Kommentar eingehen, ich werde den jetzt nicht großartig einblenden, äh, während wir spielen gegen den FC Kufstein, wobei wir spielen, glaube ich, innerhalb, innerhalb Deutschlands und nehmen, was nehmen wir denn, den FC Nöttingen nehmen, meine Damen und Herren, sehr schön, ähm, und zwar habt ihr, habt ihr drunter geschrieben, ähm, ob es denn nicht möglich wäre, ich, ich hab da so ein bisschen rausgelesen, wie wenn man früher, äh, bei einem Kumpel war, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, und dann wollte man irgendwie, äh, weiß ich nicht, PC spielen, FIFA zocken, was auch immer, und dann hat man immer so ein bisschen den, den Kollegen zu seinen eigenen Eltern vorgeschickt, weil man dachte, wenn der Kollege vorgeht und fragt, sind die Chancen höher, dass man das auch darf, wisst ihr? Ja, und so kam mir das ein bisschen fort, denn ihr habt geschrieben, ob wir nicht auch mal zwischendurch mehr als nur ein Spiel machen können in so einer Folge, ähm, wird tatsächlich schwierig, weil das so ein wenig kollidiert mit dem, was ich euch jetzt sagen will, das ist aber eine positive Nachricht, denn ihr habt's ja mitbekommen, die Folgen waren jetzt so ein bisschen, ich würd sagen, was hatten wir, so vier Folgen die Woche ungefähr, so grob jeden zweiten Tag, vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ich möchte allerdings jetzt versuchen, das Ganze wirklich so nahezu daily, ähm, einzubinden hier auch auf YouTube, also, dass nahezu täglich eine neue Folge kommt, ich würd sagen, so im Schnitt sechs Folgen pro Woche, äh, ein Tag kann mal sein, dass nix kommt, vielleicht auch mal zwei, vielleicht kommt in der Woche drauf, dafür jeden Tag was, aber so grob in den Dreh, in dem Dreh, damit ihr euch da, äh, drauf einstellen könnt, dass ich das vorhabe, ähm, weil klar, ich versteh's, der FM ist natürlich ein Projekt, wenn du das so machst wie ich, wie es wahrscheinlich niemand anderes auf der Welt macht, gefühlt, oder zumindest sehr, sehr weniger, ähm, nämlich indem du auch, äh, nahezu ungeschnitten einfach deinen Stutz, auslaberst, weil's dir gefällt, ähm, dann ist es natürlich dementsprechend auch immer ein bisschen schwierig voranzukommen, ja, und dementsprechend, ja, ganz viel dementsprechend, möchte ich gucken, dass wir da echt, dass das ein oder andere Spielchen so, insofern abhandeln und die ein oder andere Saison, indem wir einfach nahezu täglich Uploads bringen. So, heißt nicht, dass es vielleicht auch mal zwei Spiele in einem Part gibt, oder wie ein Extended Part, oder was auch immer, aber so grundsätzlich ist das der Plan? Und wir haben jetzt auch eine aussagekräftige Tabelle, denn der neunte Spieltag ist für jeden vorbei, Pauli mit 21 Punkten ohne Niederlage auf Platz 1, gefolgt vom SC Paderborn 18 Punkte, Elversberg nach neun Spielen 17 Punkte, unfassbar stark, auf Platz 3, dann Hannover 17, Hamburg 17, die Hertha 15, wir mit 13, Osnabrück, Kiel und Co. Und ihr seht's auch schon ein bisschen, ähm, die Hertha, ne, zwei Punkte mehr, der HSV vier Punkte mehr, und Holstein Kiel zwei Punkte weniger. Die nächsten drei Spiele sind allesamt gegen Mannschaften, die in absolut direkter Nähe sind. Da gilt's auf jeden Fall zu punkten. Wir werden wahrscheinlich, ja, nicht alle drei gewinnen können, auch irgendwo klar, aber wir wollen punkten. Hürzeler unterzeichnet in den neuen Vertrag, und übrigens, was ich euch auch noch zeigen kann, ich hab, ich bin frisch aus der Dusche, der Bart erwächst langsam wieder, es tut mir leid, falls ihr euch erschrocken fühlt, er ist leider immer noch nicht noch nicht viel mehr da, ähm, und ich hab mir, äh, heute Tee des Tages, Tee des Videos, türkischer Apfel, türkischer Apfel aus New York, in der New York-Tasse, ähm, haben wir, haben wir da mal einfach gemacht, ja. Und was mir, ähm, zwei Tims fallen aus, Tim Handwerker, ein bis drei Tage, und Tim Huhnholz, wunderschöner Name, der 19-Jährige, äh, drei bis vier Monate, was hat er denn jetzt, seinen Fußbruch? Naja, na, herzlichen Glückwunsch. Ähm, da werden wir mal mit ihm quatschen. Was mir tatsächlich grad auffällt, weil, weil New York, ist zwar jetzt ein bisschen weit gedacht, aber wie sieht denn das nochmal aus? Also das ist auch ein Thema, was wir meiner Meinung nach nochmal so ein bisschen über, überarbeiten sollten. Der Klub besitzt das Vorkaufsrecht für Spieler des Würzburger FV in der Umsetzung, bedeutet dies, das sollte der Würzburger FV erlangen, wieder, äh, okay, okay, okay. Eine Option, Testspiel auch so nehmen, dann teilt sich das Trainingsgelände, ähm, wenn man, ja gut, wenn man in der gleichen Liga spielt, das wird wahrscheinlich nicht so großartig passieren. Okay, das heißt, das haben wir hier mit so ziemlich allen Vereinen, die, sagen wir mal, Landesliga oder drunter spielen, Bayernliga, hast du hier noch? Das müsste man echt mal gucken, ne? Also ich glaube, tatsächlich, ich möchte euch da auch mit einbeziehen, gerne mal eure Meinung zu den Partnervereinen reinschreiben, aber ich glaube, ich möchte das, ich möchte das relativ, relativ klein halten, also den Großteil tatsächlich absagen, Klub 2 ist Logo, Rapid finde ich auch ganz nice, ähm, und dann, und dann mal gucken, ich meine, irgendwelche Bayern-Ligisten jetzt rein, was das Verleihen von Spieler angeht, brauchen wir tatsächlich gar nicht, das ist auch klar, also das ist ja das Positive an unserer zweiten Mannschaft, wenn wir irgendwie Spielpraxis geben wollen, auf einem guten bis sehr guten Niveau, ich meine, Regionalliga Deutschland, um Gottes Willen, da musst du schon was können, dass du da spielst, das wäre gut, ähm, und was ich, was ich euch gerade noch eben sagen wollte, ich habe soweit die Trainingsdele jetzt auch endgültig alle eingestellt, in der ersten Elf zumindest mal, das passt, und bezogen auf unsere Taktik, die ansteht, und hier haben wir nochmal die Ausfallzeiten, auch das fand ich nochmal interessant, also Karl Klaus, drei Wochen bis zwei Monate, Alleluun, sechs Tage bis zwei Wochen, der wird so gegen Ende dieser Länderspielpause wieder zurück sein, genauso hoffentlich Teilan Duhmann mit seiner Rückenverrenkung, und auch Christopher Schindler nach langer, 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 langer Verletzungspause kommt zurück, also wir werden mit einem, Karl Klaus als Ersatzkeeper mal ausgeschlossen, aber was rein die Feldspiele angeht, und wir klopfen auf Holz, wenn natürlich jetzt nichts mehr passiert, mit einem sehr, sehr guten Kader, ähm, äh, mit einem sehr fitten Kader, in die kommenden Aufgaben starten, und das gefällt mir ganz gut. Weckeser habe ich übrigens mal eintrainiert, oder der Sommer so ein bisschen trainieren, Misala zu werden, weil wir ja mit dem Handwerker, uh, das war ein bisschen too much scheinbar, mit dem Handwerker und mit, äh, Nini Brown schon zwei Linksverteidiger haben, mh, die prinzipiell da spielen, und so der Misala-Part vielleicht eher noch ein bisschen abgeht, dadurch, dass sich ja auch Teilan Duhmann verletzt hat, kommt jetzt wieder zurück, natürlich, aber dass wir da vielleicht so ein bisschen flexibler aufgestellt sind, das habe ich also alles auch nochmal soweit gemacht, so, am 24. Oktober finden die Wahlen statt, Ronny Bunz, schöner Name, Ronny Bunz, Freunde, Wahnsinn, ähm, Handwerker fit, Usun 45, ich freue mich so sehr auf Usun in dem, in dem, in dem System als OM, auf Angreifen, hier, statt Hayashi, das wird interessant werden, Kastrup auf Länderspielreise, genauso, Finn Jeltsch, das heißt, wir werden so ein bisschen wieder durchrotieren, Carri Lerro, da werden die mir wahrscheinlich jetzt Geiss vorschlagen, so wie ich die kenne, ist es, aber das werden wir nicht tun, Handwerker ist auch noch verletzt, Alleluia auch, puh, ich meine, es ist gerade nur ein Testspiel, lass uns gerne mal Brown einfach da spielen, dann müsste Enrico Valentini als Linksverteidiger mal ran, es ist nur das Testspiel, das wäre eine Möglichkeit, klar, ich kann auch einfach Yannis Horn hinstellen, aber ich glaube, ich will, dass die Iva sich weiter einspielt, ne, ich bin natürlich auch, ich bin auch so eine, so eine, so eine Trantüte, ne, dann stellen wir jetzt, äh, Wegkäster hin, das passt doch, dann gibt Brown mal den Part, ist doch auch nicht schlecht, denn der sich einfach mal da drin übt, viele, viele nicht verfügbar, heißt, wir brauchen jetzt noch einen Mesala und dann werde ich da tatsächlich mit Geiss gehen, Möller-Dehli, Hayashi, Dafferna, Okunuki, wir machen es wieder so, ich lasse Dafferna erstmal außen vor und auch der Rest passt, wir werden es natürlich wieder simulieren und die sollen sich einspielen, ich meine, es geht voran, ja, es geht voran, Eingespieltheit, gut, individuelle, individuelle Rollen langsam, ist passabel, das wird auch noch, klar, vor allem hast du jetzt mit einem, mit einem Brown, mit einem Geiss, die erst recht nicht auf guten und perfekten Positionen, aber das wird, das wird, Freunde der Sonne, so, wir gehen rein, gegen, wen spielen wir? Nöttingen, Testspiel gegen Nöttingen, es wird ein, 5-0 hätte ich gesagt, ja, 7-2 kommt hin, Hayashi, 3-Boden, Okunuki 2, Geiss 2, einen davon per Elber, Jimmy Martin und Lucas Torres mit den Treffern für Nöttingen, wir standen hinten nicht jetzt so wirklich gut, jetzt mal rein aus den Statistiken, rauslesend, und Nico Wils verletzt sich auch, 5 für 6 Wochen Knöchelvertret, Chamra auch verletzt, 6 bis 8 Tage, Oberschenkelprellung, tatsächlich eine Frage, wenn die zweite 1-1 spielt, eine Frage, die man noch angehen könnte, aber wir haben 5 Physiotherapeuten, das muss reichen, wir sind das absolute Maximum, man könnte jetzt nochmal sich nach so einem Sportwissenschaftler umschauen, das können wir tatsächlich machen, da haben wir nämlich gar keinen, wir gehen von mir aus gerne mal das Ganze als Chefsportwissenschaftler an und gucken da einfach mal, interessiert prinzipiell, ja, mindestens 15, machen wir mal mindestens 17, da haben wir keinen, mindestens 16, da haben wir keinen, doch, da hätten wir glaube ich sogar jemanden gehabt, und im Idealfall, der nicht angestellt ist, dann müssen wir da natürlich auch nichts zahlen, Dominik Brinkmann, Dominik Brinkmann, 28 Jahre jung, er ist Realist, das ist schon mal schön, und er möchte Sportwissenschaftler werden, Gehaltserhöhung gibt es prinzipiell nicht, also das bleibt, 93,5, egal ob in 10 Jahren, egal was die Inflation sagt, okay, 104, super, auf 3 Jahre, ich glaube, das ist in Ordnung, mit einer 16, auch einer, der vielleicht tendenziell eher ein Sportwissenschaftler ist, und jemanden mit 17, 18, vielleicht finden wir da ja noch jemanden, der dann auf die Chefposition gehen kann, und wir haben ja tatsächlich, sehe ich gerade auch noch hier was frei, das ist natürlich spannend, Standardtrainer hatten wir ja einen, den haben wir uns geschnubbelt, ich würde tatsächlich fast sagen, so ein bisschen, was den technisch-defensiven Bereich angeht, das wäre noch, das wäre noch eine Möglichkeit, aber ihr seht schon, wir sind halt überall Top 3, Standardsituationen nicht, und ja, doch, sonst überall Top 3, aber wenn hier noch Platz ist, und wir noch Geld haben, dann möchte ich das nutzen, das heißt, wir gehen hier auch mal rein, Angestellten, nein, Aufgabe, Training, Assistenztrainer, und dann, wie gesagt, möchte ich so ein bisschen reingehen, defensiv, technisch, Disziplin und Motivationsfähigkeit, inklusive Zielstrebigkeit, nämlich erstmal außen vor, ich will es mal wirklich nur so ordnen, Paul McGuinness, Freunde, Bierchen, und Anatoly Wojciechowitsch, sind am Start, ähm, mhm, mhm, okay, 63, der Mann, der geht natürlich bald in Rente, der Mann kommt mit Mannsuch, und war von 91 bis 2016 bei Manchester United, ha, Paul McGuinness, U18, Assistenztrainer bei Leicester, er kennt die englischen Gehälter, aber es ist okay, Junge, ich wollte gerade sagen, unter 200 muss es schon bleiben, lass mal ganz kurz reinschauen, was zahlen wir denn sonst so, ja, okay, wir zahlen eher so im Bereich 179.000, aber ist okay, man muss ja auch mal Fortschritte machen, das holen wir ja wieder rein, wenn wir in dem Jahr Bundesliga spielen, gut, darüber wollen wir jetzt erstmal nicht reden, so, Herder steht an, Pal Dardai, und Can Uso, und steigt wieder voll ins Training an, es wäre so überragend, wenn die jetzt irgendwie übermorgen noch ein Spiel hätten, die U19, schauen wir mal kurz, in sechs Tagen, und die zweite in sieben, ja, okay, dann können wir den da leider nirgends mit reinschmeißen, dass er ein bisschen Spielpraxis kriegt, Okonuki hat es nicht schlecht gemacht, Okonuki wird wahrscheinlich auch erstmal bleiben, aber er ist definitiv, also wird auf jeden Fall eingewechselt werden, Can Jemmas Usun, also wir führen zu Power, wobei, selbst dann, es ist völlig egal, was passiert, Usun wird spielen, zwar wahrscheinlich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht von Beginn an, aber er wird wohl spielen, hier machen wir Defensive, wir gehen nochmal die Defensive und das offensive Positionenspiel mit an, hier würde ich fast sagen, möchte ich mal Defensive, Offensive, Ballbesitz und Offensive nehmen, relativ ausgeglichen, und an den jeweiligen Tagen auch, nochmal in solche, wir machen es mal andersrum, Ballbesitz, Sicherung, und dann umschalten, Pressing, in solche Themen rein, und dann bin ich da, glaube ich, erstmal ganz zufrieden, was hier tatsächlich noch kommen kann, ist ein Teamgeist, auch das schadet ja nicht, und wir werden in die Spielanalyse gehen, in die Erholung, und in den Teamgeist, und das ist jetzt meiner Meinung nach, echt eine absolut schwierig einzuschätzende Partie, beziehungsweise, es ist eine Partie, in der einfach wirklich komplett alles möglich ist, so viel glaube ich, kann man schon mal festhalten, die Hertha, die mit einem 4-2-3-1-Prinzip reingehen wird, mit einem Tabakowicz, neun Spiele, vier Tore, eine Vorlage, geht sogar noch halbwegs, und Fabian Reza auch schon sechs Spiele gemacht, ein Tor, eine Vorlage, da ist durchaus so ein bisschen Qualität da, das müssen wir mal gucken, Abdul Latif, mit am Start, wie gesagt, Tabakowicz haben wir angeguckt, Jag Ernst im Tor, Marton Dardai, wir gucken mal, auf wie viele Dardais wir treffen, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, so, wir gehen nochmal ein paar Tage voran, dadurch, dass in diesem Part nicht allzu viel ansteht, wo ich euch mal so ein bisschen mit einbinden kann, wo ich was fragen kann, letztes Mal hatten wir die Taktik, davor hatten wir, wobei, wir hatten die letzten zwei, drei Folgen die Taktik, wenn wir mal ganz ehrlich sind, McGinnis würde übrigens kommen, sehr schön, aber dadurch, dass da nichts ansteht, von mir so ein bisschen mal die Frage an euch, was, also gibt es Themen, die ihr ganz gerne hier noch haben wollen würdet, also ich bin da natürlich offen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, wir sollten uns das und das mal anschauen, es gibt zum Beispiel jetzt ein Thema, was wir uns noch sofort anschauen sollten, weil umso früher wir das machen, desto besser, und zwar dadurch, dass wir jetzt auch unseren neuen Assistenztrainer eingestellt haben, sollten wir mal hier gleich rein, das machen wir auch sofort, das passt, ich gucke noch mal kurz nach Mentoring, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, also würde mich interessieren, ob ihr sagt, da und da gibt es noch Bedarf, sei es ihr wollt was wissen, oder wir sollten was machen, oder guck mal da, da hast du das und das eingestellt, gerne, gerne reinschreiben, so, aber wir gucken jetzt mal, Stuart Reed kümmert sich ausschließlich um Standardsituationen, wir haben noch einen Athletiktrainer, beziehungsweise ja zwei, da gucken wir mal, da ist es eher die Schnelligkeit, und dann ist es hier eher, ah ne, ich bin ja auch bei Standards, Freunde, und Kraft, oder soll nicht, das ist so ein bisschen die Frage, aber so kommen wir wahrscheinlich, so gar ein bisschen besser, ich schau mal, weil wenn ich das hier so mach, also das Problem ist, Stürzenhof Ecker, egal wo du ihn einsetzt, das wird nichts, also da müssen wir erstmal so planen, wäre nochmal eine Option, ob man Assistenztrainer dann sich nochmal verbessert, aber ist okay, wir kommen zumindest mal auf drei Sterne, ohne geringe Belastung, das ist schon mal in Ordnung, das heißt, die sind alle durch, unseren, da haben wir jetzt auch zwei Torwarttrainer, ne, ich meine, die haben eine geringere Belastung, das ist schon gut, aber der Torwarttrainer, Dennis Neudamm, macht natürlich dann fast Sinn, ihn, ja, zu kicken, so leid es mir tut, und zu gucken, dass man dann hier, ähm, lieber einen Assistenten woanders hat, weil eine normale Arbeitsbelastung ist auch eine Ordnung, ne, das sollte man sich mal merken, aber gut, wir gucken rein, was macht Hösch, beziehungsweise, ne, ich fülle auf, Frank Steinmetz, er kann natürlich auch nochmal in die Fitnessthematik reingehen, dann sollten wir hier echt gucken, also wir müssen uns ein bisschen von dem einen oder anderen trennen, ich stelle es jetzt mal ein, damit es für die Trainingswoche gerade noch passt, aber ich würde sagen, Dennis Neudamm und dann wahrscheinlich ein, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, aber wahrscheinlich eher ein, ähm, Stürzenhof-Äcker, müssen weg, beziehungsweise müsste man dann eher für die, für die zweite Mannschaft vielleicht, oder so nehmen, ne, das macht ja sonst nicht so, nicht so viel Sinn, aber ist okay, Frank Steinmetz, dann gibt er auch nochmal in die Athletik mit rein, wir gucken mal, ob der so aufgeht, wie ich mir vorstelle, Tobias Zellner hat jetzt auch nichts, was so krass rausragt, beziehungsweise Polen so sehr, Zellner, kann man auch überall reinhauen, so, und dann haben wir hier wahrscheinlich eher so ein bisschen die, die spezialisiert sind, also, da haben wir gesagt, Verteidigung, Technik, Spieleranalyst, oder unser Leistungsanalyst, wäre eher im taktischen Bereich, Taktik, Defensive, die können sich eigentlich hier, aber dann hat er eine hohe Belastung, aber gut, das kann ich wahrscheinlich sehr gut ausgleichen, richtig, Technik, eigentlich sollte ich mich sogar um die Taktik kümmern, wahrscheinlich so, dass ich schon mal eine gute Grundlage gebe, dann kommen wir hier auch auf eine 3, er hat allerdings eine hohe Arbeitsbelastung, obwohl er nur bei einem Thema drin ist, interessant, dann 13, 13, 12, 11, dann machen wir hier, Hagen, Schmidt, und dann brauchen wir noch irgendwie den Part, schauen wir mal, hohe Belastung, wir haben aber glaube ich doch noch, haben wir nicht noch einen ausstehend, ja, Polenz, also, normal, 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 ich glaube das wäre schon mal in Ordnung, klar geht es immer noch besser, aber ich glaube so ist es ganz gut aufgefüllt, wir haben überall 3,5 Sterne, außer hier, offensive Technik, sehr gut, dann haben wir überall 3 Sterne Minimum, geht wahrscheinlich jetzt nochmal einen Ticken besser, ich hoffe ich habe jetzt nur keinen vergessen, und irgendeiner chillt, ah ja doch, Tobias Zellner chillt, Moment, ich schaue mal, ob es nochmal irgendwo irgendwas bringt, nicht wirklich, dann machen wir aber, 3, machen wir das vielleicht so, irgendwie, okay, schreibt es mir gerne nochmal in die Kommentare, wie gesagt, ich glaube fast, dass wir das eh nochmal ändern müssen, indem wir sagen, okay, wir trennen uns nochmal von dem ein oder anderen Assistenztrainer, und peppen das Ganze qualitativ auf, und Hayashi, Freundchen, keine blöden Nachrichten jetzt, fällt einen Tag aus, das ist ja noch okay, Leidl wird Pipi wohl nicht holen, interessant, interessant, ich werde jegliche Witze mit Augsburger Konnotation nicht bringen, und jetzt könnte er halt Jan Usun spielen, ich glaube ich gebe ihm 45 Minuten, genauso Finn Jeltsch, das sollen sie ruhig mal machen, bei der U19, Schindler steigt wieder voll ins Training ein, das freut mich, Vorbereitung gegen Hertha, der siebte gegen den sechsten, aber erstmal, Freitagabend, Freitag, der 20. Oktober 2023, Magdeburg-Hannover 1-1, sehr gut, Elversberg gewinnt auch gegen Braunschweig, 10 Spiele, 20 Punkte, das ist Wahnsinn, das ist tatsächlich Wahnsinn, also, die Sportvereinigung Elversberg, Schindler kommt zurück aus dem Training, gleich mal kritisieren, ja man, der Kerl war, ich glaube 4 Monate konnte der nicht Fußball spielen, oder wenn nicht sogar länger, ist auf einmal Fjell weg, auf einmal ist Hösch da, der kann gerade noch so laufen, hat noch Muskelkader, von allem möglichen, und dann komme ich und mecker gleich, herzlich willkommen zurück, Christopher Schindler, so, Winter vom Klub beeindruckt, prinzipiell stimme ich ihm dazu, die letzte Partie vielleicht mal ausgeschlossen, und wir gucken, Benjamin Goller, tatsächlich übrigens jemand, wo ich mich sehr schwer getan habe, den in unserem System wirklich auch nur ansatzweise irgendwo hinzuklatschen, ist er außen vor fast, also einer der Kandidaten, wenn wir bei dem System bleiben, wenn uns das System gefällt, wenn wir glauben, dass wir damit erfolgreich sind, der leider Gottes da nicht wirklich auch nur den Ansatz einer Zukunft hat, das ist weder einer für die Spielmacherposition auf 10, das ist weder einer OM angreifen, noch einer Stürmer, noch einer Misala, erst recht kein Bäm, erst recht kein Carri Lerro, weiterhin auch nicht, also, da müssen wir mal gucken, so, Pauli patzt, in Anführungszeichen, Paderborn auch, das ist gar nicht so schlecht für uns, nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, der Vorführer Osnabrück besiegt Wien-Wiesbaden, Düsseldorf besiegt Kaiserslautern, und der HSV gewinnt gegen die Westvorstadt, Usun wird langsam wieder fit, eine 7-1, ah ja, Can Usun, Sießner kann wieder Fahrt aufnehmen, so ganz langsam, Freunde, ich freue mich sehr, ich freue mich dann doch sehr, okay, Hannover Übernahme steht kurz bevor, interessant, dann gehen wir doch mal rein, der Part heute, wie angesprochen, so ein bisschen länger, einfach aufgrund der Länderspielpause, außer es gibt nicht allzu viel zu tun, Usun Schindler, 45 Minuten, Schindler wird noch nicht zum Einsatz kommen, Handwerker kann spielen, aber da ist noch so ein bisschen Vorsicht geboten, Ali Luhn, Thailand, Duman, noch nicht spielfit, und wir gehen also rein, ich möchte nicht allzu viel ändern, die Herangehensweise ist vielleicht noch so ein bisschen die Frage, ich werde allerdings auf ausgewogen starten, mit disziplinierter Spielen, ansonsten könnte man natürlich auch noch auf vorsichtig gehen, aber das möchte ich nicht, kurz abspielen passt, und auch der Rest ist soweit in Ordnung, wir spielen zu Hause, Valentini muss ran, Chamara zu sehr angeschlagen, und ich möchte auch noch mal ganz eben schnell die Bank noch mal schön machen, also Handwerker Marquez und Chamara rein, dann haben wir schon mal die Verteidiger, Low Camper kommt natürlich vorne rein, da Ferner kommt vorne rein, ein Finn Jeltsch kommt mit, genau so, also Momentchen mal, das stimmt ja hier schon mal gar nicht, Kastrop ist Pflicht, ich frage so ein bisschen, wegkehrst, dann nehme ich tatsächlich mit, vielleicht sogar statt Handwerker, ich glaube ich lasse Handwerker, ich glaube ich lasse, ich glaube ich lasse Handwerker komplett aus und vor, Tim, du verzeihst mir hoffentlich, wir machen es mal so, Can Uso natürlich mit, und dann ist die Frage, dann muss ich Geisi noch mitnehmen, auf jeden Fall, und ich weiß, wir haben noch eine Position offen, wir spielen nicht zu zehnt, was wir dann da machen, ich glaube fast, dass ich einen Geis hinstelle, in der Partie, wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz zufrieden, Winter ist Gott sei Dank coming, dann kann man da auch noch ein bisschen schauen, Thailand Duma noch verletzt, das wäre natürlich perfekt, dann hätten wir die absolute Idealbesetzung, aber ich glaube ich mache es so, und dann darf Tim zumindest mit, ich glaube wir werden es so angehen, ein Johannes Geis als Misala auf angreifen, was hat sich Hösch denn dabei gedacht? Vertrautheit, es geht voran, auch das geht voran, Martenia, trainiert er das auch? Nee, der soll das ruhig machen, so ein bisschen auch verteidigen, das kriegt der schon hin, der Junge, okay, das hat dann noch nicht gepasst, und dann gehen wir es an, also Freunde der Sonne, wir gehen rein, Enrico Valentini, und Johannes Geis in der Startelf, ich hätte lieber, ich bin ehrlich, einen Jan Ciamara, und einen Thailand Duma spielen lassen, aber das Leben ist kein sogenanntes Wunschkonzert, dementsprechend gehen wir es an, mal schauen wie die Ansprache passt, immer noch ein paar Leute, die selbstgefällig sind in der Startelf, interessant, obwohl wir doch jetzt eigentlich mittlerweile ganz gut angenommen worden sind, also die Stimmung ist eigentlich soweit super, aber gut, wir gehen rein, Schlückchen Tee, und dann Daumen drücken, was ist möglich gegen die Hertha? Valentini gut, natürlich immer wichtig, gleich mal einen ersten guten Kontakt zu haben, und Johannes Geis, dafür ist der natürlich überragend, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, Johannes Geis, auch wenn Nene Brown jetzt in dem Fall schlägt, Johannes Geis bei Standardsituationen, vor allem direkter Natur, rein von den Attributen im FM, absoluter Wahnsinn, der ein oder andere Klub-Fan, der fühlt sich gerade vielleicht erinnert, an die Sky-Kommentatoren immer, die Weitschusskünste und Freistoßkünste eines Johannes Geis, besubeln, und man sich dann denkt, ja das mag sein, aber irgendwie passiert da in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber ich kann hier nur auf Attribute schauen, Zahlen, Daten, Fakten, Brown 1-0, abgefälschte Hütte, wird da noch geprüft, die Marc-Oliver kämpft, vierte Minute, der Klub wird wunderbar gemacht, von Nene Brown, weil, wir werden es gleich nochmal sehen, mit Schwung, mit Leidenschaft, einfach mal reingemacht, und Kempf kommt dann irgendwie blöd dazwischen, ein XG von 0,06, nehmen wir gerne mit, 1-0, würde bedeuten, bis auf vier Punkte dran am HSV, klettern auf Rang 6, sehr schön, aber es ist noch ganz lang zu spielen, Karbovnik über die Seite, Ball kommt rein, Tabakovic, das hat ja lang gehalten, die Hertha ist zurück, die ersten beiden Chancen, wobei die von Hertha noch mehr eine Chance war, als die von uns, muss man auch ganz ehrlich sagen, führen direkt zu Toren, und das ist das Problem, Tabakovic, es ist natürlich eine Wucht, eine Präsenz, die da vorne mit am Start ist, bei dem hohen Ball kommen wir nicht ran, schön, Valentini hat den, unser heutiger Capitano, über die rechte Seite, immer noch Valentini, Flanke ist gut, Ayashi kommt nicht hin, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, aber wenn da mal, ein Tabakovic bei uns gestanden hätte, oder auch in dem Fall, ein da ferner, aber, das ist nicht so unbedingt die Art, die wir dann spielen wollen, Flick auf Kastrop, Kastrop, wunderbarer Ball auf Okonuki, sieht nochmal Enrico Valentini, gehen in den 16er, schöner Ball, Okonuki abgefälscht, Abseitsposition noch dazu, aber zumindest ein vielversprechender Angriff, kurzer Blick rein auf die jeweiligen Statistiken, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus, 94% angekommene Pässe, 62% Ballbesitz, sehr schön, Positionsheatmap, da bin ich zwar gerade so ein bisschen im Weg mit meiner Cam, aber Wahnsinn, und Polter mit einem Dreierpack innerhalb von 6 Minuten, 2 Elfer, und einer hat er noch so reingeschweißt, Sebastian Polter nimmt den KSC auseinander, währenddessen Wechsel bei der Berliner Hertha, oder, nee, der ist noch drin, oder? Aufpassen, Reze auf Dardai, nochmal Reze, Geis kann klären, Kontermöglichkeit über Kanji Okonuki, die zwei Japaner, Okonuki und Hayashi, Hayashi leider im Abseits, kann sich Okonuki da durchsetzen, oder zumindest eine Ecke rausholen, das wäre auch in Ordnung, nimmt nochmal Valentini mit, Valentini auf, Geis! Nochmal Geis, nee, nee, Brown, es ist ein packendes Spiel, nee, nee, Brown, wo ist Hayashi? Da ist erstmal Jens Kastrop, Entfernung recht weit, Okonuki, oh, Florian Flick oben, Kastrop, wieder, Florian Flick, unser Bäm, ich bin so froh, dass der Mann wieder da ist, ich glaube, also, wenn die sich so ein bisschen einspielen, das heißt ja nicht, dass es muss, das ist ja auch irgendwo das Schöne am FM, dass du die perfekte Taktik einstellen kannst und irgendwie passieren trotzdem manchmal komische Dinge, so ist ja nun mal der Fußball und das Leben von, jetzt wird es ganz philosophisch, aber ich glaube, wenn ein Kastrop, ein Flick und ein Teil an Duman, gepaart mit einem, ähm, Can Uzun und gepaart mit einem Mats Möller-Dehli und Hayashi vorne, das ist so eine geil, ein geiles Mittelfeld und ein geiler Sturm, bin ich ganz ehrlich zu euch, da habe ich sehr, sehr viel Spaß und Laune und Bock drauf, Braun, Flick, Janis Horn, nochmal Kastrop, schöner Ball, Nene Braun, Florian Flick, Horn, wir können auch mal gucken, fällt mir gerade so ein bisschen auf, ob wir über die individuellen Anweisungen nochmal dem Braun mitgeben, dass er noch mehr dribbeln da soll und bis zur Grundlinie durchbrechen soll oder so, wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte, so eine schlechte Idee, müssen wir nochmal gucken, Tjag Ernst, langer Ball, Tjavakovic gewinnt natürlich das Kopfball-Duell, oh nee, weg, das sind halt Dinger, die sind so einfach, das darf nicht passieren, dass der das Duell noch gewinnt, je nachdem, wer sein Gegenspieler ist, okay, weil er einfach die Wucht mitbringt, aber danach müssen wir spätestens da sein, und so geht es in die Pause, mit einer Partie, die wir spielerisch eher dominieren, ich wollte gerade sagen, das passt ganz gut, die Ansprache, ohne da aber, so brutal unterwegs zu sein, so, wir haben hier schon mal, von der Grundlinie Flanken, häufiger drippeln, Nene Brown ist halt auch verteidigen, und hat in der Art weniger, jetzt ist halt das Problem, also bei einem Chamara, okay, das ist die Frage, Enrico Valentini, drippling C, nee, ich nehme es raus, wir machen es, wir machen es erstmal standardmäßig so weiter, aber wenn wir wirklich mit der absoluten Top 11 mal wieder da sind, und das wird ja wahrscheinlich gegen Kiel, oder spätestens, die Woche drauf, gegen, war es jetzt der HSV? Ich glaube schon, da wird es ja spätestens machbar sein, dass alle wieder da sind, bis auf Karl Klaus, dann, sollten wir das mal probieren, Geis mit einer 6-4, Hayashi 6-4, ihr wisst eh gleich, was passiert, meine Damen und Herren, während Stindl den Anschluss macht, und Reese eine Ecke kriegt, die Hertha mit der Chance, Ball kommt in die Mitte, Freunde, meine Güte, da hat jetzt gar nichts gestimmt, viel zu weit weg vom Ball, und keine, also das war, Harakiri da hinten, da hat er mit der Ecke, 52, wieder Tabakovic, wir haben ja mit Gürlejenen einen sehr großen, aber, das gelingt noch nicht so perfekt, stattdessen ein Einwurf für uns, wir bringen jetzt gleich Can, Yilmaz, Uzun, Kastrup, Okonuki mit dem Abschluss, ich bin noch ein bisschen am überlegen, ob ich Uzun sogar für Geist bringe, eigentlich würde ich ihn ja gerne auf der OM-Angreifen-Position sehen, aber, er kann natürlich auch als Mesalaran auf angreifen, das war ja auch, unter anderem der Wunsch von euch mitunter, ihn auf, auf so einer Position einzusetzen, und würde natürlich mehr Sinn machen, Hayashi vorne mit einer 6-3, kann ich leider gerade noch nichts, noch nichts zurufen, aber vielleicht macht er jetzt ja was, Okonuki, schöner Ball, Johannes Geis, geblockt, es gibt die Ecke, so, wir gehen rein, wir wechseln, Geis, raus, Uzun rein, und Hayashi lasse ich erst noch mal drin, da möchte ich noch nichts tun, und ansonsten, Mats Möller, Dili, Okonuki, Flick können wir rausnehmen, den mache ich nicht, ich wechsle erst mal einmal, eher untypisch, für mich gefühlt, aber wir machen mal 56, da einen Wechsel, Gianni Masuzu, der Mann mit der 42, mit von der Partie, findet sich gleich da, auf Höhe des 16ers, ein, Tjag Ernst hat ihn, Dardai sieht gelb, also, ich sage euch wie es ist, klar, so ein Unentschiedener, rein auf die Tabelle bezogen, bringt uns jetzt nicht, vielleicht instant was, aber wenn du gegen die Hertha daheim, Unentschieden holst, da kannst du, unabhängig vom Spielverlauf und so, dich jetzt mal prinzipiell nicht beschweren, also, das ist, und das muss man so sagen, im ersten Jahr mit dem Klub, absolut in Ordnung, so, was ist bei Gianni Usun, schwache, schwache Dingens, müssen wir gleich mal schauen, ansonsten können wir da natürlich auch nochmal wechseln, einen Weckeser oder so bringen, der nochmal ein bisschen mehr Physis dann auf der Acht mitbringt, hinten raus, und nennt Gianni Usun auf die, auf die Zehn stellen, ich meine, jetzt sind schon wieder, ich glaube, ich mache es sogar jetzt, sind natürlich schon wieder sehr, sehr viele Minuten vergangen, das heißt, wir stellen, Weckeser oder Tim, da kommen dann, stellen wir eher einen Tim hin, der ist nochmal ein bisschen mehr eingespielt, so, vorne, Low Camper mal rein, für Hayashi, und dann ist die Frage, ob ich da nochmal Chamra bringen will, nee, ich nehme, ich bring nochmal Yelch für Flick, wir geben ihm die Chance, Dreifachwechsel, das heißt, danach haben wir noch einen, was wir machen können, für die Schlussviertelstunde, auf Kontrollier zu gehen, und mehr fordern, 61% Ballbesitz, Meladelhi hat eine 6-4, aber da haben wir keinerlei Möglichkeiten, groß zu wechseln, Nathaniel Brown, abgefälscht, Ecke, Linus Gechter kommt, für Marzon Dardai, bei der Berliner Hertha, und wir sind in Minute 82, Mats, Meladelhi, kein gutes Spiel, aber eine Vorlage reicht, und ich lieb dich, ich lieb dich, Flanke kommt, da ist nochmal Lowkamp, ablegen, so viel Platz, und der kommt nicht an, war aber auch abseits, man merkt übrigens, ganz interessant, klar, der Klub ist jetzt auch, niveau-technisch anders, als Esberg in Saison 9, wo wir unsere Vorstellungen, so durchgesetzt haben und so, aber wie das gleiche, System, die gleiche taktische, Herangehensweise, wie jetzt sowas, so eine Abseitsposition, das wird es bei Esberg nicht mehr geben, aber, ich glaube nicht unbedingt, dass es nur an der Qualität, der Spieler liegt, sondern auch einfach an der Eingespieltheit, ne, fand ich jetzt gerade spannend, aber ich erinnere mich, dass wir das mit Esberg am Anfang auch hatten, solche Art von Situationen, wo du dir denkst, warum, aber ja, so, also ich möchte jetzt nicht Usu nochmal rumschieben, ich glaube, ich werde es relativ entspannt wechseln, ich bringe wirklich nochmal Jamra, auch wenn der leicht K.O. ist, aber bringe natürlich vielleicht nochmal den, für 20 Minuten, oder für 20 Minuten, für 7 Minuten, wenn der da voll durchpowert, nochmal ein bisschen eine bessere Offensivqualität, mit als ein Enrico Valentini, 84. Minute, Pekarik, jetzt lasst euch das nicht mehr, hier nehmen, Kastrop kommt nicht ran, Kapovnik, Martina, wie gesagt, ein Unentschieden würde ich unterzeichnen, dann hast du gegen Pauli und Hertha einen Punkt, natürlich wären es gerne mehr, aber gegen Pauli kann man verlieren, die Art und Weise war nur fragwürdig, und zu Hause gegen die Hertha in unserer Verfassung einen Punkt, klar, wir wollen gewinnen, um Gottes Willen, und es wäre auch möglich gewesen, es wäre nicht unbedingt verdient, Unentschieden ist, glaube ich, schon wirklich das Ergebnis, was da ganz gut auf den Spielverlauf passt, aber wir haben nochmal eine Chance, Minute 92, warum nicht mal ein Lucky Punch für den Klub, wie einst gegen den FC in Holstadt, Gürrlejen, Möller-Dehli, oh ja, oh ja, Usun, 93. Minute, Can, Yilmaz, Usun, Freunde, das sind Geschichten, die kannst du doch niemandem erzählen, der Mann kommt zurück auf seiner Verletzungspause, der Mann macht die Bude, das gibt es nicht, wir loben, wir gehen rein in die Anweisungen, wir sind auch vorsichtig, Zeitspielvolle Pulle, das ist klar, pass in die Tiefe, nicht mehr geduldig, Standards raus sollen Disziplin in der Spielen, ja, 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 es ist nicht auszudenken, Can, Yilmaz, Usun, 93. Minute, es könnte das entscheidende Tor des heutigen Tages gewesen sein, ey, das ist unfassbar, da ist er wieder, Usun, ich dachte schon, der holt jetzt noch Elfer raus, nee, nimmt die Ecke mit, das ist Wahnsinn, und dann ist Ausfall, dann ist Auskicke, Top-Triff für Schalke, aus Schalke und Klubsicht, ein wunderbarer Spieltag, am Ende, tendenziell aufgrund der diversen Statistiken, er verdient, ich möchte aber nicht unbedingt davon reden, dass das jetzt ein absolut verdienter Sieg geworden ist, aber gegen die Hertha, 2-1 zu Hause gewonnen, damit kann ich mehr als leben, und damit springen wir auch jetzt erstmal an der Hertha vorbei, auf Rang 6, es sind noch 4 Punkte auf dem Relegationsplatz, und auf dem direkten Aufstiegsplatz, und ich glaube nicht, dass Elversberg komplett durchzieht, Pauli, Hamburg, Paderborn, Hannover, Hertha, je nachdem, Düsseldorf von hinten, gut Schalke, Wundertüte, aber werden natürlich durchaus Qualitäten haben, da sich oben festzuhängen, und entweder bis zum Ende dabei zu sein, oder, ne, zumindest relativ lang, Wahnsinn, Wahnsinn, kann ich den nochmal loben, den Can Yilmaz, ich will dich gern loben, wo ist er, kann ich nicht loben, Can Yilmaz, wir gehen schon rein in den Dienstag, Moor vom Verein bestraft, okay, haben die nicht Fans gewonnen, was hat er denn gemacht, ähm, ja, das stellen wir wieder, das stellen wir wieder dann ein, oder habe ich ihn jetzt schon gelobt, ne, da gab es da leider keinen zum Loben, aber, ich kann ja mal hier reingehen, Can Uzun, Gespräch führen, Spieler loben, Leistung im letzten Spiel, hervorragend, meine Damen und Herren, Wahnsinn, wir freuen uns sehr, auf die nächste Folge, zumindest freue ich mich sehr, und zwar auf die dann hier, wie gesagt, Teil an Duwan, mal schauen, wie lang der braucht, aber, ich sag mal, ich sag, ich mach's mal kurz euch hin, ne, das hier, das wär schon sehr geil, auf das hätt ich so unfassbar Bock, hätt ich da Bock drauf, wenn die sich einspielen, wenn da die diversen Rollen, die ersten Verbindungen aufbauen, wie jetzt Horn und Gölejen, bin ich da vorne schon mal echt zufrieden, Freunde, der Baum der Hoffnung, er hatte nur einen kurzen Schaden, scheinbar Pauli, ein Ausrutscher gut, Hertha hätte auch ein Unentschieden sein können, aber jetzt haben wir Kiel übrigens, Kiel haben wir und Schalke, nicht Kiel und Hamburg, Kiel und Schalke, dann Paderborn, der KSC, durchaus interessante Spiele, die anstehen, und dann hier auch nochmal absolute, zumindest stand jetzt Topspiele, gegen den zweiten und dritten, aber das ist noch ein bisschen hin, in diesem Sinne, war's das soweit erstmal von mir für heute, wenn's euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nix verpassen, gerne auf twitch.tv, slash, sparteschlappen, LP vorbeischauen, wenn ihr euch das Game holen wollt, Link dazu unten in der Videobeschreibung, darüber könnt ihr mich auch nochmal unterstützen, ich freue mich sehr für jeden Support, oder über jeden Support, und wir sehen uns dann wieder morgen, in der nächsten Folge, wenn's gegen Kiel geht, habt einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis dahin, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020